Diesen Mittwoch startet auf Netflix eine neue Doku-Reihe, bei dessen Trailer ich bereits dachte, oh, das könnte sehr interessant werden. Nun habe ich sie mir angeschaut und damit geht es hier jetzt um die Erde bei Nacht. Ob Raubkatzen, Dickhäuter oder Meerestiere, ob das Leben im Dschungel, in der dunklen See oder in der Großstadt, vieles wissen wir über das Treiben bei Tag, doch wie sieht es mit der Nacht aus? Neueste Low-Light-Kameratechnik im Verbund mit Wärmebildkameras erlauben nun diesen Blick in eine bisher kaum erforschte Welt und entdecken dabei erstmals Verhaltensweisen, die so bisher an vielen Stellen noch nicht bekannt waren und aus dem Verborgenen treten. Die Erde bei Nacht im Original Night on Earth kommt mit fünf Episoden daher, die zwischen 40 und 52 Minuten lang sind, hat eine Netflix-Altersfreigabe-Empfehlung von sechs Jahren und ist dort ab diesem Mittwoch, den 29. Januar 2020, anschaubar und ist eine neue Natur-Doku-Reihe und unter anderem mit Unser Planet hat ja Netflix vor einiger Zeit einen absoluten Hammer abgeniefert. Mit tollsten 4K-Bildern, Einblicke in die Tierwelt, die ich so in einer Doku-Reihe dieser Qualität noch nicht gesehen habe, wo man sich zurücklehnen konnte und einfach nur genießen. Unser Planet hatte brachial tolle Bilder und so dachte ich schon beim ersten Trailer von Die Erde bei Nacht, könnte das da irgendwie anschließen, weil die Bilder sahen wirklich gut aus, aber wie wird das aussehen, wenn man auf Nacht alles mit Wärmebildkameras und Low-Light-Kameras irgendwie paart? Wird das alles ein sehr grauer und schleierhafter Look oder kriegt man da einen besonderen Stil rein? Nun habe ich sie mir angeschaut und muss sagen, es sieht wahnsinnig toll aus in 4K und vor allem mit neuster Low-Light-Kameratechnik, was man sich immer wieder bemüht am Anfang jeder Episode auch nochmal zu erwähnen. Man könnte daraus ein Trinkspiel machen, wann immer Low-Light- oder Wärmebildkamera gesagt wird, aber das nochmal am Rande erwähnt, ergibt das hier wieder Bilder, die nicht nur in 4K gestochen scharf sind, sondern auch Verhaltensweisen von Tieren aufzeigen, die wahrscheinlich so bei vielen noch nicht bekannt waren in der Nacht und auch immer wieder betont wird, dass hier erste Aufnahmen überhaupt das erste Mal in dieser Art und Weise stattgefunden haben. Nun habe ich im Pressebereich quasi fünf Episoden gesehen. Kann sein, dass da vielleicht sogar noch mehr kommt, wenn die Serie tatsächlich released wird, weswegen ich eingehend gesagt habe, dass es halt fünf Episoden so weit gibt, wie ich es weiß. Gerade vor Release bei Netflix-Produktionen weiß man ja oft noch nicht so ganz so viel. Aber vor allem habe ich eben gehofft, kann das so an unser Planet anknüpfen. Und es kann für alle, die also diese Doku-Reihe mochten oder auch unsere Erde im Kino damals gesehen haben und so tolle Bilder zu schätzen wissen und Natur- und Tierdokumentation sowieso mögen, den kann ich nur empfehlen, die Erde bei Nacht zu schauen. Es geht einmal rund um den Erdball und ob man sich mit Raubkatzen, also Geparden, Löwen, Pumas oder Leoparden beschäftigt, in dem natürlichen Lebensraum bis hin in die Großstadt und was da in der Nacht passiert, wenn man in die Tiefsee oder zumindest in die See abtaucht und guckt, was dort in der Nacht passiert und wie viele fluoreszierende Tiere es da auch noch gibt, ob man sich Elefanten, Nilpferde, Mäuse, Spinnen, Affenarten anguckt. Da muss ich sagen, so viele interessante und auch spannende Momente, die hier eingefangen werden, wo man auch ganz oft vergisst, dass das jetzt wirklich eine Nachtsequenz ist, weil mit dem Arbeiten des Mondlichtes und dem dabei herausarbeiten der Farben und dem Kolorieren entstehen hier manchmal sogar kleine Bilder, wo du völlig vergisst, dass das keine Tagsequenz ist, aber du kriegst dabei eben gerade bei Nachtjägern oder Spezies, wo man eigentlich nicht dachte, dass sie nachts jagen würden, auf einmal Bilder präsentiert, wo man sagt, echt jetzt? Das sieht teilweise so abgefahren aus, was man da geboten bekommt und da will ich natürlich niemandem die Freude nehmen, aber nur grundsätzlich einfach sagen, weil diese Dokumentation über die Kameratechnik vor allem auch wieder so gut funktioniert, dass man sich fragt, wird es dazu ein Making-of, ein Behind-the-Scenes geben, weil das gab es ja bei Unser Planet, das alleine schon total spannend war, wie viele Kamerateams man über welchen Zeitraum rund um die Erde geschickt hat und wie schwierig es war, bestimmte Aufnahmen einzufangen. Hoffe ich, dass es dann sowas hier bei Die Erde bei Nacht auch geben wird und so muss ich ringsherum sagen, einfach eine qualitativ hochwertige Doku-Reihe, wo ich dann hoffe, dass dann irgendwann wieder was Neues kommt. Ich finde jedes Mal so schade, dass man so schnell sowas zu Ende gesehen hat, weil man einfach a lernt, b einfach tolle Bilder präsentiert bekommt und das ist eine Sache, wo ich ganz ehrlich sagen muss, mit diesen beiden Produktionen, Unser Planet und Die Erde bei Nacht hat in der Netflix schon mal zwei Sachen am Start aus eigener Riege, wo ich sage, Chapeau, das ist für Genre-Fans ein absoluter Hit und gerade Unser Planet habe ich ungefähr schon fünfmal durchlaufen lassen, einfach auch, weil es ein angenehmer Sprecher drüber ist, die Stimme von Robert De Niro in der deutschen Version, hier spricht bei Die Erde bei Nacht Nina Hauss, die deutsche Variante und da muss ich am Ende einfach sagen, atemberaubende Bilder, Leute, gebt euch das, ich habe da nichts zu meckern, Dokumentationen unterliegen bei mir ja keiner Wertung, das Ganze auch musikalisch so fein begleitet und einfach insgesamt richtig tollwertig und da wünsche ich mir, dass dann irgendwann mehr kommt, weil die Tatsache hier neue Verhaltensweisen entdecken zu können, aber vor allem auch von dieser Kameratechnik so fasziniert zu sein, muss ich sagen, das flößt mir Respekt an und man spürt richtig, wie aufwendig das ist und man fragt sich auch immer wieder, wenn man in so einen Bienenstock bei Nacht auch noch reinkraucht und überhaupt kaum noch Restlicht ist, wenn sowieso noch ein Blätterdach drüber ist und man dann teilweise bloß noch 2% des Reflektieren und Mondlichst hat, was für feine Sensoren da verbaut sind und wie man dann auch überhaupt noch so nah an die Tiere rankommt, wenn man selbst dann als Kameracrew wahrscheinlich kaum etwas sieht, wie die da mit Nachtsichtgeräten oder was auch immer hantiert haben, um überhaupt den Shot und den Frame hinzukriegen, finde ich spannend, deswegen ich ein Making-of gerne sehen würde, aber kann eben nur empfehlen, Leute, für alle, die sowas wie unser Planet, unsere Erde und viele andere Tier-Natur-Dokus mögen, die Erde bei Nacht fett ankreuzen im Kalender ab, Mittwoch anschaubar, die 5 Episoden zumindest, soweit ich weiß und das macht richtig Freude. Daher bin ich am Ende meiner kurzen kleinen Review zu der Erde bei Nacht, ab Mittwoch dann auf Netflix abrufbar. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Dokus schauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.